Ich heiße euch ein weiteres Mal Willkommen zur Let's Play Sakuna of Rise and Ruin Das Ruin, weiß ich nicht was das bedeutet Weil, weil, vielleicht ruinieren wir auch die Ernte Man weiß es nicht Sakuna Das Reis Und das Ruinieren der Ernte So passt das am besten, ne? So Ja, wir haben im letzten Part einen Boss besiegt Einen Boss Mit der Hut wappelt So nice Und es ist nachts Wir haben im letzten Part auch nachts beendet Und dieser Part beginnt natürlich auch nachts Ich laufe nur einmal kurz rum Weil, warum auch nicht Und dann gehen wir schön hier rein Und werden uns jetzt erstmal was zur Gemüte führen Weil wir haben im letzten Part natürlich ein paar Tiere erledigt, ne? Und ich finde es immer ein bisschen schade Wenn man das Tierfleisch, ähm, ja auch verderben kann Machen wir heute mal einen Fleischteller, ne? Wobei, wir haben hier noch was, oder? Haben wir Ah, hier Ne Ja, komm, dann machen wir hier das nochmal Ja, heute ein bisschen mehr trinken haben wir nicht, ne? Ne, haben wir nicht Okay, ähm Dann werden wir Wobei, wir können auch Sachen Sachen, äh, herstellen Wir haben ja Salz gefunden Genau, damit können wir hier Sachen Wie Smoked Pork herstellen Sollten wir vielleicht tun Aber auch nicht so viel Weil sonst haben wir nachher nichts mehr zu essen Guten Appetit Ach, das ist immer so herrlich So, da könnte man sich hinzusetzen, ne? Und mitessen einfach, oder? Ist doch so Einfach den Tag abklingen lassen Mit der Familie Natural Healing 2 Äh, explore Äh, wir haben hier neue Quest Explore Around the Forest And discover Ja Wir sollen da, äh Wir sollen Garlic Äh, ja Natürlich Oh, was passiert denn hier jetzt? Oh, was passiert denn hier? Oh Wir können auch schon Anfangs zu ernten Das ist ja Das ist ja Cool, endlich, endlich Wir, unsere Ernte fertig Äh, wie ernten wir denn mit Y? Ähm Ja Nein Wie können wir das denn ernten? Ich will das nicht Taum Achso, mit Y Okay Taumann will ich das nicht überlassen Weil Ihr wisst Bescheid Zack, 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 zack Alles muss ab Haben wir es jetzt hier hingelegt, alles? So Da hier ist alles fertig Sehr schön Alles deins, ja So, dann heben wir es mal auf und legen es zum Trocknen hier rauf Ah, ist schon irgendwie Es hat schon was, ne? Wenn man es hier so sieht Und dann die einzelnen Arbeitsschritte Das ist schon cool So, zack Und Hängen wir es dann neben auf Es waren nur zwei Fels Nur zwei so ein Dinger voll Das ist ja wenig, ne? Okay Checken wir mal aus Es ist immer noch nass Ja Ne, ne, ne Wir wollen Ich will das schon gerne richtig vernünftig trocken lassen Wird das jetzt schon eher nachts? Ist doch eben erst Meine Gute Wenn man arbeitet Dann vergeht die Zeit echt schnell Wenn man Spaß beim Arbeiten hat So, wir gucken Vielleicht haben wir was Neues in der Schmiede Weil jetzt rausgehen können wir ja jetzt schlecht Rausgehen können wir ja jetzt schlecht Es wird dunkel Oh, die Monster sind alle Das ist zu stark für uns Ich meine, wir machen alle Wir machen nur einen Schaden Ihr wisst Bescheid Aber sonst ist ja nichts Neues drin, ne? Hier jetzt Ich gucke immer wieder gerne hier rein Vielleicht entdecke ich aber doch was Neues Und wenn es nur eine Spinne ist, ne? Weil ich möchte auch wissen, was passiert, wenn man 100% erreicht Wenn man 100% einsammelt Ja, können wir eigentlich gleich Gleich schon schlafen gehen, ne? Eigentlich Essen und schlafen gehen Weil Tagsüber Nachts können wir ja nicht raus Oh, sie liest anscheinend sehr gerne Bücher Prinzessin! Ja Ja, sie vermisst das Kapital Und weint Natürlich Würde sie Sie würde nie weinen Wenn die anderen dabei wären, ne? So, hier ist aber sonst nichts passiert, oder? Hey! Ja, ja Ich bin schon skillig Keine Sorge Würde ich sagen Essen wir was, ne? Eat something? Wir haben Wir haben noch hier Schweinefleisch Aber Das können wir ja auch Wir können Suppe hätten Damit daraus herrscht Außer Pilzen Dann würde ich mal sagen Essen wir was Und dann Gucken wir am nächsten Tag Was da abgeht Fürs Essen muss man sich auch immer Zeit nehmen Das ist ja ganz besonders wichtig Das sind die besten Gespräche Wauw Wauw Hehehe Hehehe Wauw .. Ich bin immer bei diesen Sequenzen immer ein bisschen still, weil ich finde die Atmosphäre immer so ganz cool. Und sie geht auf Toilette. Okay, steck bloß zwei und so weiter, okay. Ja, wir ruhen uns bis morgen aus. Und wir haben schon wieder ein Kampfskill gelernt. Ist das jetzt getrocknet? Es ist immer noch nass. Nein, wir wollen das natürlich nicht weiterverarbeiten. Wenn es nass ist, ist es nicht gut. Ich würde sagen, wir gehen zur Weltmap und erforschen noch ein bisschen. Wir haben ja wirklich noch ein paar Sachen. Genau, wir haben was Neues freigestellt und zwar... Okay, wir haben... Ein Wald der tanzenden Pilze. Okay. Dann würde ich sagen, geh mir mal rein und guck mal, was es damit auf sich hat. Oh, sieht auch wieder nice aus, ne? Wir können schon wieder... Ich mag es nicht, wenn ich mich die ganze Zeit entscheiden muss. Ja, und die Vögel halten schon ein bisschen was aus. Ei, 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 ei. Ich wollte eigentlich nicht reinfallen. Ja. Ihr steht hier extrem gut. Loy! Ist das das damit gemeint? Man kann die Gegend dotzen. Irgendwie. Äh. Und dann bouncen die zurück. Nett gemacht. Wirklich nett. Na, komm jetzt. Oh. Ey. Ich, ich, ich komme darauf nicht klar. Oh. Ist so schwer. Ja, so bringt das natürlich nichts, ne? Haben wir nicht automatisch heilen, heilen aktiv oder so? Oh Gott, neues Gebiet und schon wieder... Kann ich da irgendwie nicht jetzt so hoch? Steuerung. Ja, ich bin auch schon tot. Ah. Huch, was war das denn gerade? Hab ich das gesehen? Ja. Ihr nervt, ihr nervt ganz gewaltig hier. So. Ihr seid echt merkwürdige Vögel, ganz ehrlich. Na, komm. Man merkt auf jeden Fall, dass die... schon echt... was aushalten. Ups. Na, natürlich. So. Eigentlich sollte ich doch als erstes in die Richtung. Oder nicht? Und ich glaube, wahrscheinlich gleich am Anfang in die schwerere Richtung. Kann natürlich auch sein. bitte. Halt. Nein. Ich will da eigentlich vorsichtig hoch. Aber kann ich auch an den Pilzen ranziehen? Okay, das wusste ich nicht. Na. Ah. Bitte. Ich bin noch nicht fach rum. Steuerung. Ah. Sicherer Boden. Oh, was haben wir da? Ein Wildschweine? Ja, Wildschweine. Na komm. Steh auf. Echt jetzt? Ich weiß nicht. Ja, schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich alles verliere. Ich gehe jetzt einfach hier nach rechts. Wir sollten erst mal den... Ist wahrscheinlich der richtige Weg, ne? Ja. Na komm. Ja, ja. Das meint ihr, als wir tanzende... Mit den tanzenden Pilzen, ne? Ja, ja. Wie viele von euch gibt es eigentlich von eurer Sorte? Erzähl mal. Definitiv zu viele. Noch mehr? Hä? Hä? War es das? Ich sehe keine mehr. Sehr schön. Äh. Ich will doch nicht hoch. Ich will doch rüber. Power der Transformation. Äh, quiet. Aber ja, es ist einmal durchgestoßen da. Das leuchtet man aber schon. Ja, das macht halt schon wild, ne? Pilze und Pilz. Sind wir hier? Kann man sicherlich irgendwie hoch. Halt. Äh. Ich will doch nur... ...da rauf zielen. Nee, ich darf nicht. Ich darf nicht. Äh. So. Lässt du mich einfach so öffnen? Okay. Wahrscheinlich wäre ich von links gekommen, ne? Kann ich nicht irgendwie... ...irgendwie auch aktivieren? Kann man sich nicht festhalten. Ich würde halt schon... Nein! Weil man sieht ja, da kommt man irgendwie hin. Muss ich die Pilze irgendwie dafür benutzen? Wahrscheinlich, aber ich weiß halt nicht wie. Es wurde jetzt hier nicht erwähnt, irgendwie. Ja, ja. Beruhigt euch. Lass mich mal in Frieden hier. Äh, 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 nein. Und schon haben wir was erhöht. Ja, der Skill ist halt auch sehr gut eigentlich. Finde ich. Der ist wirklich mit einer der Besten. Und natürlich kommen wir... Oh, ich mag diese Vögel nicht. Ja, ja. Die Dombe habe ich gesehen. Au. Ich wollte gerade bloß drücken und hier abhauen. Nicht, dass ich das wieder alles einsammeln darf. Äh. Komm. Ich muss das ausprobieren gleich. Ja, wahrscheinlich darf ich alles nochmal einsammeln. Hallo, danke. So, ich mache hier aber nochmal fertig, damit ich hier nochmal auch genug Fleisch beisammen bekomme. Ich muss ja auch ein bisschen lohnen, ne? Und noch einmal, wir haben nicht die Aufgabe bekommen, dass wir das alles erkunden müssen jetzt gerade, ne? Ich mache das eigentlich nur, damit wir das Reis, damit wir das Reis trocknen. Na komm. Ey, komm jetzt. Äh. Gut, da verlassen wir jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung, Leute. Da steht nicht, wie viel wir das erkundet haben, oder? Doch, Exploration-Rad 0. Muss man es in einem Durchgang komplett einmal zumindest durchgegangen sein? Damit das auch zählt? Ich habe keine Ahnung. Das wäre ein bisschen schade, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja. Was? 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 Oh. Please. Idiot. Entschuldigung. Frau Sakudai. Entschuldigung. Frau Sakudai. Ist das fertig? Nein, ist immer noch nass. Wie lange dauert das denn? Kann ich das nicht irgendwie... ...das Wasser hier mal rauslassen? Ja, Sakuna. Klipp dahinter. So. Den muss ich mir nicht immer nassen Füße holen, ne? Ist immer noch ein bisschen matschig. Ähm... Ja, wie gesagt, was haben wir eigentlich für eine Quest? Gucken wir mal eben kurz. Wir müssen... ...die Wälder erkunden... ...und das Innere... ...wir müssen... ...die Wälder um uns herum... ...Auskunft schaffen und das Innere erkunden. Zeitkost haben wir noch keine. Ne. Wann wird denn denn die Wälder gemeint? Ich guck mal, ich öffne mal kurz die Karte. Ja, das müssen ja die hier gemeint sein, ne? Hier. Ist schwierig, schwierig. Das Spiel wird immer schwieriger. Weil... Ihr habt ja gesehen. Ihr habt ja gesehen. Ja, wir gehen wieder nach Hause. Hat ja so keinen Sinn. Huch, da will jemand was. Ist was? Okay. Oh. Was? Hehehe. Hehehe. Was? Oh, richtig! Pretty, bitte. Hm? Oh, jetzt haben wir tatsächlich noch eine Quest bekommen. Sie werden uns wahrscheinlich in solche Klamotten nähen können denn dadurch. Ähm, gucken wir mal kurz ins Menü. Was wir dafür denn holen sollen. Ähm, Quest. Stein, Hemd und... High-Quality Oak? Wo soll man das denn herbekommen? Wahrscheinlich besteht das denn irgendwo auch bei, ne? Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich setze erstmal die Maske ab. Das mache ich, das mache ich jetzt erstmal. Das nervt ein bisschen. Ähm... Remove. Da haben wir noch nichts anderes. Ja, wie es weitergeht, werden wir im nächsten Part erfahren. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Und... Ja, mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!